Hinter dem perfekten Skiurlaub steckt jede Menge Arbeit und Know-how. Bedingt durch den Klimawandel und ein stark steigendes Umweltbewusstsein stehen Bergbahnen vor der großen Herausforderung bei der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur wie Seilbahnen, Beschneiungsanlagen, Pisten und so weiter auf größtmögliche Schonung der Ressourcen zu achten. Die RM Data GmbH in Pinkerfeld hat sich dieser Herausforderung gestellt und ein revolutionäres System entwickelt. Die RM Data Gruppe ist auf Geoinformatik spezialisiert. Unsere knapp 100 Mitarbeiter betreuen Kunden und damit mehrere tausend Anwender in Mitteleuropa und unsere Softwareprodukte werden hier in Burgenland am Standard Pinkerfeld hergestellt. RM Data Smart Area wurde dazu entwickelt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Bergbahnen beim digitalen Arbeiten im Anlagen- und Pachtmanagement zu unterstützen. Sämtliche Informationen zu Skipisten, zu Pachtflächen, zu Leitungen, zum Naturbestand, zum Geländemodell werden in einem zentralen System verwaltet und stehen überall dem Anwender zur Verfügung, ganz egal ob das jetzt im Büro, im Homeoffice oder auch direkt am Berg ist. Bergbahnen steigern damit ihre Effizienz und führen die notwendigen Tätigkeiten ressourcenschonend durch. Das System ermöglicht die Verwaltung aller für das Skigebiet relevanten Daten in einem zentralen System.